Reihen Sie Ihre Lieblingsstücke nicht mehr nur langweilig in einer Glasvitrine auf. Bringen Sie Bewegung in Ihre Sammlung. Modellautos, Porzellanfiguren oder Schmuckstücke kommen auf dem langsam drehenden Präsentierteller erst richtig zur Geltung. Gäste können ihre Schätze so von allen Seiten bewundern. Und auch für Foto und Film ist der Teller ein praktischer Helfer. Einfach Kamera drauf platzieren, schon lassen sich damit im Handumdrehen großartige 360-Grad-Panoramasequenzen erstellen.